Die tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White Befreiung um Mitternacht Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen. Die Mächtigen werden weggenommen ohne Menschenhand. Um seine Macht zu zeigen, hat Gott seit jeher äußerste Notlagen gewählt, wo es keinerlei Möglichkeit zu geben schien, Satans Machenschaften zu entkommen. Es wird Mitternacht sein, wenn Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes zeigt. Die Sonne scheint und strahlt mit voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen Schlag auf Schlag. Die Bösen betrachten die Szene voller Schrecken und Entsetzen, während die Gerechten mit stiller Freude die Zeichen der Befreiung beobachten. In der Natur scheint alles aus der Bahn geworfen zu sein. Die Flüsse fließen nicht mehr. Dunkle, schwere Wolken ziehen auf und stoßen zusammen. Inmitten des wütenden Himmels ist eine freie Stelle, die unsagbar herrlich aussieht. Von dort her kommt Gottes Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und sagt, es ist geschehen. Offenbarung 16, Vers 17 Die Kräfte des Himmels werden durch die Stimme Gottes erschüttert werden. Dann werden Sonne, Mond und Sterne aus ihrer Stellung geworfen. Sie vergehen nicht, werden aber durch die Stimme Gottes gewaltig erschüttert. Dunkle, schwere Wolken zogen auf und stießen aufeinander. Die Atmosphäre teilte sich und wurde aufgerollt. Dann konnten wir durch den offenen Raum im Orion sehen, von wo die Stimme Gottes kam. Nachdem die Leute Gottes Stimme gehört haben, sind sie in solcher Verzweiflung und Not, wie es sie nie zuvor gegeben hat, seit es Menschen gibt. Und darunter wird das Volk Gottes zu leiden haben. Die Wolken des Himmels werden zusammenprallen. Es wird dunkel sein. Dann ertönt die Stimme vom Himmel und die Wolken rollen auf einmal fort wie in Buchrolle. Dann erscheint auch schon das helle, klare Zeichen des Menschensohnes. Die Kinder Gottes wissen, was diese Wolke bedeutet. Die 144.000 Triumphierten, ihre Gesichter waren von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Wenn die Stimme Gottes ein Volk befreit, dann werden alle schrecklich erwecken, die im großen Kampf des Lebens alles verloren haben. Was für die Feinde Gottes der Tag des Zornes ist, das ist für seine Gemeinde der Tag der endgültigen Befreiung. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Maranatha Dein 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 – Dein 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 Untertitelung des ZDF, 2020